Hallo und herzlich willkommen bei Vegan Feeling und heute geht es um ein Thema, das mit Erfolg zu tun hat. Unsere Erfolgs-Story, sage ich jetzt mal, oder eben nicht-Story, weil, wie ihr gleich hören werdet, es vielleicht nicht ganz so gelaufen ist, wie wir es uns bis jetzt gewünscht hätten. Und der Erfolg kommt ja, indem man etwas tut. Und in Sachen Erfolg hat uns jemand geholfen, den kennt ihr vielleicht, das ist der Nikolai Günther. Und den sein Programm haben wir jetzt angefangen und auch schon zum Teil sehr weit durchgearbeitet. Und über das wollen wir heute ein bisschen berichten. Natürlich aber auch erstmal unsere gescheiterte Erfolg-Story, kann man so sagen. Ja, genau. Also ich würde jetzt gerne über die letzten Monate sprechen. Ich weiß nicht, ob wir die meisten uns verfolgt haben, dann wissen die vielleicht, dass es bei uns nicht mehr so der Highlight war und mir es auch teilweise nicht so gut ging. Und ich habe dann wirklich durch das Programm, also durch Nikolas Programm gemerkt, dass ich eigentlich ziemlich so dieses, ja, in diesem Rhythmus, glaube ich, in dem viele heutzutage leben, also diese Menschen, die irgendwie nicht ihre Träume leben, die praktisch resigniert haben und gesagt haben, ja, es ist halt so, ich habe jetzt dies, ich habe jetzt das und jetzt geht das und dies nicht mehr. Ich kann nicht laufen, weil es draußen so kalt ist. Ich kann meine Träume nicht leben, weil ich so viel arbeiten muss. Und ja, und so habe ich mich halt auch ziemlich gefühlt. Also ich saß zwar abends nicht vor dem Fernseher, aber sowas haben wir dann noch nicht. Aber es ging schon ein bisschen in die Richtung und das ist mir richtig bewusst geworden. Also ich habe mir meine Ausreden zurechtgelegt. Und wer uns vielleicht schon länger kennt, weiß halt auch, dass wir halt schon lange auf Weltreise waren, dass wir halt vorher wirklich unsere Träume gelebt haben und immer das gemacht haben, worauf wir Lust hatten, was uns einfach Spaß gemacht hat, die Rohkost voll gelebt haben. Und das ist halt in den letzten Monaten sehr zurückgegangen. Und ja, und ich weiß noch, dass ich an so einem Punkt war, wo ich dachte, jetzt muss sich wirklich irgendwas ändern. Und dann hat uns dann Nikola angesprochen, so ist das ja oft im Leben, wo man denkt, so jetzt müsste nochmal ein Türchen aufgeben und irgendwie müsste sich was ändern. Und dann hat er uns angeschrieben und ich wusste direkt, das ist es, das machen wir. Darauf habe ich lange gewartet. Ich glaube, du hast vorher mir noch mal von einem Video erzählt von einem Mann, das war zwei Tage vorher, der über Erfolg gesprochen hat und auch gesagt hat, wie man mit der Formation arbeitet. Weißt du noch, wo du gesagt hast, man hat immer nicht sagen, ich bin erfolgreich, man hat es oft genug gesagt und dann wird man auch... Ja, das war ein anderer Coach. Das war ein anderer Coach und ja, auf jeden Fall, kurz danach hat er uns angeschrieben. Wir haben einmal mit ihm geskypt und das war voll transformierend. Also ich war danach, wie hatte er so einen riesen Antrieb wieder. Ich muss jetzt was auf die Beine stellen. Ich weiß noch, am nächsten Tag kam eine Freundin zu Besuch und ich war wie ausgewechselt, voll viel Energie und wir haben dann voll die Projekte ins Leben gerufen und gesagt, geplant und gemacht und also es war wirklich so, ja, sobald alles ich war wieder da, voll produktiv und effektiv irgendwie. Kann man noch sagen, wenn ich das reinfragen darf, was ist überhaupt so passiert, dass uns das so weit abkommen lassen hat von dem, was wir eigentlich wollten. Also dass wir, selbst über die Monate ja schon fast ein Jahr, kann man fast sagen, dass wir da einfach nicht mehr daran geglaubt haben oder vielleicht da sehr abgekommen sind. Ich habe einen Vollzeitjob angenommen, habe sehr viel gearbeitet, habe eben all das, was ich sonst so in meinen Kopf hatte und geplant hatte, habe ich irgendwie über Bord geworfen. Muss ich teilweise irgendwie über Bord werfen, denn es kommen dann ganz viele Sorgen mit dazu. Wo kriegst du Geld her und so weiter. Zum Beispiel habe ich mir dann Verletzungen zugezogen. Ich glaube, ich sehe das als symptomatisch, weil einfach der Körper signalisiert, du bist nicht ganz in dir, du machst nicht das, was du eigentlich willst, also bremst dich irgendwas. So war das ein bisschen bei mir, bis ich dann eben jetzt an dem Punkt bin, wo ich eigentlich sagen muss, ich fühle mich nicht ganz so fit, ich fühle mich nicht ganz so optimal, wie ich das noch vielleicht kannte von mir vor einem Jahr. Obwohl ich mich, sagen wir mal, aus meiner Sicht ganz gut ernähre, aber da fehlen einfach noch andere Aspekte. Und die zeigt ja ganz gut auf in seinem Programm, dass eben nicht nur Ernährung oder nicht nur Fitness oder nicht nur dies oder das zum Erfolg führt, sondern eben das ganze Programm. Und da hilft er einem, in die richtige Richtung zu kommen. Ja, und durch das Programm auch haben wir ja unheimlich gemerkt, wie wir uns selber blockieren und das, glaube ich, schon lange tun, weil wir ja schon lange wirklich hart arbeiten an dem, wo wir hinwollen und was wir erreichen wollen und halt irgendwie nicht so richtig ankommen. Und ja, auf der einen Seite hat er natürlich irgendwie durch ihn, durch das Programm, durch das Gespräch haben wir so gemerkt, was wir schon seit einem Jahr machen wollen, nämlich Online-Kurse machen. Ich meine, wir haben ja auch richtige Kurse, die immer super gut ankamen und das wollten wir endlich online. Und irgendwie haben wir diesen Schritt nie gewagt. Irgendwie innerlich, glaube ich, so viele Programme noch mitliefen. Und da hilft wirklich nur positives Denken und das ganze Spirituelle hilft. Nicht, wenn du wirklich Programme hast, die du wirklich Jahre und Jahre aus der Kindheit hast, die du vielleicht selber nicht erkennst, aber die du merkst, indem du einfach nicht das lebst, was du lebst, indem du vielleicht nicht genug Geld hast, indem du vielleicht einfach nicht glücklich bist in verschiedenen Ebenen und verschiedenen Bereichen deines Lebens. Und da haben wir halt wirklich gemerkt, wie sie Blockaden haben, dass wir irgendwie vielleicht innerlich denken, wir sind nicht gut genug oder wir haben es nicht verdient und was auch immer. Das beste Beispiel ist ja die eine Situation, wo wir einfach sagten, wir wollen jetzt was auf die Beine stellen, ein Programm hatten und da schon angefangen hatten, Videos zu drehen. Wobei das auch schon schwierig war, dass wir da überhaupt losgelegt. Wir haben uns immer irgendwie versucht, ja, das geht nicht, das ist es nicht. Und dann haben wir uns gegenseitig vielleicht auch Sachen gefunden, die uns da irgendwie blockiert haben, dass wir das nicht durchführen konnten. Und als wir es dann endlich zumindest Videos angefangen haben zu machen, war es danach so, dass wir gesagt haben, das ist nicht gut genug, das passt nicht und wir haben es fallen lassen. Also hat uns dieses alte Muster, was in uns möglicherweise sogar und in uns beiden das gleiche Muster hat, gesagt, hat es geschafft, dass wir das fallen lassen. Ich würde es gerne konkret machen und zwar wollten wir vor ein paar Wochen uns einen Weihnachtskurs, der wirklich sehr, sehr beliebt war, den wir vorhin in Stuttgart von einem Jahr gegeben haben, haben wir gesagt, komm, wir machen einen Online-Kurs daraus. Weil wir können den dieses Jahr einfach nicht anbieten, im Alltag ist es halt einfach nicht möglich. Weil wenn wir was machen wollen, wir es auch gut machen und wir haben da mega viel Zeit immer investiert. Also da war eine Woche vorher, habe ich den Kurs schon vorbereitet und dann war noch, also der Kurs war halt wirklich dann an einem Tag, haben wir morgens bis abends gearbeitet und am nächsten Tag. Das geht halt mit Kind- und Vollzeitstelle einfach nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen das alles auf, machen einen Online-Kurs, so können wir auch noch viel mehr Leute erreichen und viel mehr Leute können diese Rezepte ausprobieren, dann wäre das nicht genial. Und dann haben wir es irgendwann uns dazu überwunden, dass wir es machen. Dann haben wir gesagt, wir gehen zu deiner Mutter, weil die so eine coole Küche hat, machen es dort. Wir haben alles mögliche eingekauft und dann davor gab es voll den Megastreit wegen einer Lappalie. Also und so, dass wir an den Punkt kommen wollen, wir machen es nicht. Dann haben wir uns aus irgendeinem Grund doch überwunden, das zu machen. Wir haben ein paar Videos gedreht und haben gesagt, nee, die Videos sind nicht gut genug und die sind das. Obwohl die cool sind, wirklich gut. Und ja, und da haben wir wirklich gemerkt, was für ein Programm wir immer wieder am Laufen haben und dann wirklich jetzt erst vor einer Woche oder so haben wir gedacht, wir machen das jetzt und wir ziehen das Knall halt durch. Und egal was für jeden. Aber der richtige Punkt war der Nikola Günther. Der sitzt der letzte wieder ein. Denn wir haben dann angefangen, dieses Programm zu machen, weil es lag auch schon bei uns ein bisschen rum, muss man sagen. Und der hat gesagt, ah ja, das machen wir noch. Das machen wir noch. Und dann habe ich es, also für mich war das so, und dann habe ich es angefangen zu machen. Da war auch so ein Programm, weil das in meinem Kopf, da wusste ich ja, ah, da müsste ich was verändern eventuell. Und vielleicht ist das dann schädlich für das Programm. Und dann habe ich angefangen und schon die ersten Sachen, die er mir erklärt hat in dem Programm, fand ich sehr, sehr hilfreich. Ich bin noch nicht durch, weil das ist ein geballtes Wissen, muss man sagen. Ganz, ganz viele dabei. Man muss, glaube ich, auch immer so ein bisschen noch mal Abstand wieder gewinnen und dann überlegen, ja, okay, und dann mache ich weiter. Und das ist einfach, er spricht einfach die Punkte erstmal an, was ist wichtig, wohin kann, oder was ist für Erfolg wichtig, das spricht er an. Und dann führt er dich Schritt für Schritt daran, was deine Programme sind, wie du die lösen kannst, wie du die ganz einfach, teilweise auch, natürlich immer mit Wiederholungen und über Jahre vielleicht auch das ausrotten kannst, was du da in dir angesammelt hast. Und ich will noch mal sagen, dass wir eigentlich ja Menschen sind, die sehr ähnlich schwingen wie er. Und wir waren ja auch an dem Punkt, wo wir eigentlich schon gesagt haben, wir sind finanziell unabhängig, wir leben unsere Träume und so weiter und so fort. Natürlich kommen diese Programme, holen dann immer wieder ein. Und ich will auch sagen, wir haben ja unheimlich viel Bücher gelesen und wir haben unheimlich viel in diesem spirituellen Bereich gemacht, in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht, unheimlich viel. In den letzten Monaten vielleicht nicht mehr so viel. Und trotzdem waren wir... Vielleicht aber auch gerade da in den letzten Monaten. Ja, ja, genau. Also unter... Ach so, ja, natürlich haben wir auch viel gelernt durch diese Zeit. Aber ich meine, wir waren eigentlich schon soweit. Aber das, was er da vermittelt, in so einer geballten praktischen Version, habe ich so noch nicht gekannt. Und ich glaube, das ist so effektiv, einfach nur so seine Videos zu hören. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Videos kennt. Die sind halt unten sehr umfangreich, sehr, sehr viele Beispiele. Er erzählt viel über sich, aber über auch andere Leute. Und man kann das einfach so gut nachempfinden und es macht irgendwie so Klick. Also man hört es und es ist verständlich, einfach und es ist so effektiv. Und ich wollte noch kurz sagen zum Programm. Also es gibt zwei Bereiche. Es ist einmal die Analyse und dann praktisch die Umsetzung. Und es gibt eine PDF, die man sich ausdrucken kann. Die hat er lieberweise uns ausgedruckt. Und da habe ich halt die Analyse durchgearbeitet. Und da kam dann halt wirklich diese ganzen Situationen auf, dass ich gemerkt habe, es wurde mir bewusst, also durch die Bewusstmachung konnte ich dann auch letztendlich erst was ändern. Oder ich bin noch auch nicht so weit, dass ich schon alles geändert habe. Aber das Bewusstmachen ist halt sehr wichtig. Dafür ist die Analyse. Und jetzt in den letzten Tagen habe ich mir mehr und mehr den zweiten Teil angehört. Und das ist halt wirklich, also ich habe ja schon lange mit Affirmationen gearbeitet, weil letztendlich alles, was wir denken, ist ja nur ein Gedanke. Und ob du jetzt denkst, es wird alles scheiße, wirst du recht haben. Und wenn du denkst, es wird alles super, dann wirst du auch recht haben. Weil es letztendlich deine Wahrnehmung, deine Wahrheit ist, aber auch deine Affirmationen, dein inneres Denken formen natürlich, deine Zukunft und dein Äußeres. Aber was er nochmal ganz anders macht als alle anderen Coaches und Schriftstellern, die ich kenne, ist, dass er wirklich zeigt, wie man Affirmationen wirklich anwendet, dass sie effektiv sind. Und er hat ja letztendlich sein Leben damit total verändert. Er hat ja in der Bäckerei Vollzeit gearbeitet, hat so, glaube ich, so ein bisschen so ein 015-Leben geführt. Ja, auch so körperlich, war nicht so ganz so fit wie jetzt und hat mit Affirmationen tagtäglich gearbeitet und dein Leben vollkommen transformiert. Und ja, die Tipps, die er dazu gibt, fand ich absolut wahnsinnig. Ich werde dir jetzt nicht alle schon verraten. So, bei uns ist es jetzt einfach so, wir sind jetzt mit dem Programm, er hat uns schon viele Wege gezeigt und bei vielen Sachen hat es einfach schon einen Klick gemacht, wo ich sage, aha. Und der Punkt ist einfach jetzt da, wo man sagt, jetzt ziehen wir es knallhart durch. Ich stelle mir das immer, für mich ist das immer so, dass da ist jemand, der, nicht jemand, aber da ist etwas, ein Programm, das in mir gegen mich arbeitet, um das ich erfolgreich sein kann. Und dieses Programm sagt die ganze Zeit, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Wer auch immer mir das eingeredet hat, es ist jedenfalls da. Das kannst du nicht, das klappt nicht, du hast keine Energie, das schaffst du niemals. Da ist viel zu viel zu tun, das kannst du nicht in dieser Zeit schaffen. Und immer, wenn diese Sache kommt in mein Kopf, wenn ich diese Gedanken aufkeimen, wenn die quasi in mir keimen und hochkommen, dann fange ich an und so sage, nein, ich ziehe das jetzt durch bis zum Ende. Und dann kann man immer noch sehen, ist es was, ist es nichts. Und dann kann man sich neuen Projekten wieder wecken. Und immer das eben anfangen und ein Ende muss es haben. Genau. Und auch wenn es dann falsch ist oder so, dann hat man daraus gelernt und man darf ja auch Fehler machen, das sagt er auch so gut. Und man, wenn diese Fehler, von diesen Fehler kann man so unheimlich viel lernen und das ist so wichtig. Wenn man es dann anerkennt, wenn man sagt, okay, das war ein Fehler, dann muss ich halt jetzt sehen, dass ich da weitermache und nicht sich jahrelang oder in sich so sehr ärgert, dass man nicht mehr weiterkommt, weil man nur noch an diesen kleinen Fehler festdenkt. Und wir wollen ja nicht alles aus dem Kurs erzählen, aber ich will noch eine Sache, er beschreibt ganz schön, wie erfolgreiche Menschen denken und das ist wirklich, wirklich, also sehr, sehr inspirierend. Und ich merke so, ich denke, in vielen Bereichen natürlich Unterschied, also ganz anders, also das ist praktisch das Gegenteil. Und das hat natürlich auch, das zeigt es natürlich dann auch im Außen, aber er sagt auch ganz gut, dass erfolgreiche Menschen, die auch nicht erfolgreiche Menschen, beide haben Hindernis, beide haben Probleme, beide haben Konflikte. Und die unerfolgreichen Menschen sagen dann halt, oh, das ist so schwer und das ist so anstrengend, ich gebe jetzt auf und resignieren und kompensieren das dann einfach mit, durch viel Essen, durch Alkohol, durch Nikotin, was auch immer, und das halt, und dadurch entstehen natürlich schlechte Gewohnheiten und das ist ein Teufelskreis, in dem man ganz, ganz schlecht rauskommt. Und erfolgreiche Menschen sagen halt, es war ein Hindernis und ich bewältige das und ich gehe einen Schritt weiter und ich lerne dadurch und jetzt bin ich wieder runtergefahren und jetzt stehe ich wieder auf und mache weiter. Das ist zwar ein ziemlich alter Spruch, der hinfällt, muss auch wieder aufstehen und weitergehen, aber es ist einfach ein enorm, verdammt nochmal, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also da muss man wirklich sagen, das ist der Punkt überhaupt. Also wenn du hinfällst und wenn du sagst, das funktioniert nicht, kannst du das kurz sagen, aber dann rüttel dich wieder irgendwie auf und sagst, jetzt geht's aber weiter. Genau. Und er sagt natürlich auch, dass viele Bereiche, also was ich ganz schön fand, dass man wirklich in allen Bereichen seines Lebens erfüllt und glücklich sein kann und dass wir es verdient haben. Jeder einzelne Mann hat es verdient und dass wir so halt wirklich genau anschauen, in welchen Bereichen sind wir nicht so glücklich und in welchen Bereichen sind wir nicht so zufrieden und die halt dann wirklich auch bearbeiten und wirklich auch was zu machen, weil wir haben es verdient und manchmal ist halt, muss man halt viel daran arbeiten und manchmal ist es auch ungemütlich, aber letztendlich, weil ich so gemerkt habe, was so in den letzten Monaten war, weil wir uns so ein bisschen gehen gelassen haben, auch so was die Ernährung anging, ist es viel, viel auf lange Sicht, ist es viel wichtiger und effektiver, dass man vielleicht durch die Phase geht, wo man viel arbeiten muss, was mal unangenehm ist, aber dass man an seinen treuen Arbeiten nicht resigniert und sich dann überfrisst und letztendlich in so einen Strudel kommt, wo man einfach unglücklich ist, weil da dann wieder rauszukommen, ist ja noch viel schwieriger und letztendlich wollen wir doch alle einfach nur glücklich und erfolgreich sein und natürlich ist Erfolg sehr subjektiv, ist für jeden natürlich anders, aber ich glaube, darüber haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, also für mich ist es bedeutet, das tun zu können, was ich liebe, was mir Spaß macht, kreativ zu sein, produktiv zu sein, Dinge zu erschaffen und wirklich einfach so seine Träume zu leben und es ist möglich, also man muss halt nur seine inneren Blockaden auflösen. Und das ist mit dem Programm auf jeden Fall machbar. Ich bin, wie gesagt, noch nicht ganz durch, aber ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr das macht, dann habt ihr einen Schritt in die richtige Richtung, in euren Traum, also einen Schritt näher zu eurem Traum, ist das auf jeden Fall, wenn nicht sogar fünf Schritte. Ja, und ich denke auch für die Leute, die sagen, ja jetzt nach 100 Euro oder ich weiß gar nicht, wie viel es genau kostet, 19 Euro, das kann ich mir nicht leisten und so was, das sind alles ausreden, weil wer wirklich was an seinem Leben verändern will, der wirklich was erschaffen will, seine Träume leben will und ich kann einfach nur sagen, dass das Programm einfach der Hammer ist. Also ich habe auch noch nicht, ich habe schon fast alles durchgehört, noch nicht alles komplett durchgearbeitet, aber ich merke jetzt schon, was das für eine Veränderung in unserem Leben gerufen hat und dass es halt Gold wert ist und letztendlich zahlt sich das einfach hundertmal wieder aus, weil, ja, wer erfolgreich ist, hat natürlich dann auch Möglichkeiten, mehr anzuziehen, also anstatt das abzustoßen und es geht ja nicht nur um Geld, es geht ja darum, auch um Möglichkeiten und Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Dann ist kein Problem, um Möglichkeiten zu erschaffen. Ja. Natürlich, er sagt viele, viele wichtige Dinge in seinem Programm und ich finde, jeder, der sich jetzt damit beschäftigt und merkt, dass er auch solche Programme hat wie wir oder wie ich jetzt, wo ich vorhin erzählt habe, dass ich das einfach irgendwann manchmal nicht weiterkomme, weil mir eben jemand was sagt oder was eingehämmert wurde. Wer all der, der solche Programme hat und nicht richtig weiß, wie er da jetzt rauskommen soll, ich finde, der sollte dieses Programm durcharbeiten und dem möchte ich das auch auf jeden Fall empfehlen. Und ich finde auch, und die Leute, die jetzt so Anti-Geld sind, das ist natürlich auch ein Programm, was natürlich arg prägt, weil, was heißt Geld ist schlecht? Geld ist einfach nur eine Energieform und ist ein Tauschmittel im Prinzip noch und es ermöglicht uns einfach unheimlich viel. Es geschenkt uns, wie er auch in dem Programm so wunderbar sagt, es schenkt uns Freiheit, das zu tun und das zu leben, was wir wollen. Wir brauchen keinen Chef, dem wir es recht machen müssen. Wir müssen nicht ein ganzes Jahr lang an einem Platz sein und dann vielleicht zwei Wochen im Urlaub fliegen können. Wir können einfach leben, wie wir es wollen, unsere Träume verwirklichen und dann auch wieder anderen Menschen helfen. Also es ist wirklich so wie so ein Schneeweil, der ins Rollen kommen kann, dass man wirklich dann Gutes erschaffen kann und aber selber auch glücklich wird und dadurch auch wieder andere Menschen glücklich macht. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema und wir werden auch weiterhin dranbleiben, wir werden auch noch mal weiterhin berichten. Das ist ein großartiges Programm. Er hat ja schon hunderttausende von Büchern gelesen, alle sein Wissen geballt da reingesteckt und sehr effektiv auf jeden Fall. Ihr werdet ja sehen, was sich bei uns tut und vielleicht wird das nochmal ein Ansporn sein, auch was in eurem Leben zu machen. Okay, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt ihr zu den Programmen? Und das ist relativ einfach, denn wir haben jetzt hier einen Link für euch und dann klickt ihr drauf. Achtung, es gibt ein paar kleine Sachen, die ihr beachten müsst. Der Kurs ist ab dem 4.12. online. Also ab heute. Ab heute, richtig. Und geht nur bis zum Sonntag. Wird das online sein, dass du das kaufen kannst. Wenn du jetzt ein Schnellkäufer bist, weil du sagst, ich will das schnell, dann hast du Glück, weil nämlich am 4. gibt es für 79 Euro. Ansonsten bei anderen Tagen, Samstag, Sonntag, kostet es 109 Euro. Also ich persönlich würde gleich am ersten Tag zugreifen, weil ich kann dir sagen, das Programm ist super. Achtung, ab dem 7. gibt es das nicht mehr. Also da ist das Programm nicht mehr kaufbar. Der hat das nur für die drei Tage jetzt online geschalten und ist auf jeden Fall eine Sache, wo ihr zugreifen sollt. Kathrin, willst du noch etwas vergänzen? Nee, eigentlich glaube ich, ist alles gesagt. Wir werden auf jeden Fall nächste Zeit trotzdem noch weiterhin berichten, weil wir einfach, ja, weil wir das Programm genial finden, unabhängig jetzt von dem Verkauf und weil es bei uns natürlich auch sehr, sehr viel tut mit Online-Kursen und so weiter. Da hat er wirklich was in Gang getan, was unglaublich ist. Und ich denke mal, wenn ihr Träume habt, wo ihr merkt, ich würde es so gerne leben, aber ich schaffe es nicht richtig und irgendwas hängt mich und blockiert mich, investiert ein bisschen und das ist eine kleine Investition für euer Leben, dass ihr wirklich euer Traumleben einfach leben könnt. Eine kleine Anekdote möchte ich am Schluss noch sagen und zwar hat er uns eigentlich nur gefragt, ob wir ihm helfen wollen, ob wir das seinem Programm mal vorstellen wollen, ob wir da mal reingucken wollen, ob wir das gut finden und so weiter. Und das Krasse ist, dass wir das nicht nur gut finden, sondern selber quasi jetzt machen und uns das wahnsinnig hilft. Also ich habe jetzt erst gedacht, okay, dann gucken wir mal, ist das gut, kann man das vielleicht jemandem vorstellen, vielleicht mag das ja jemand. Und dann hat es aber uns persönlich auch geholfen oder mir persönlich, du hast das ja auch gesagt, dass es die Leute machen. Ja, es war gerade zu dem Zeitpunkt, als er, also so oft ist es ja in so einem Leben, es war gerade so ein Riesenthema, als wir gemerkt haben, wir sind in so einer Sackgasse und dann kam er, wo wir praktisch schon so ein bisschen geöffnet haben, wir wollen jetzt das an unserem Leben ändern und dann kam er und hat uns schon in so anderen Bereichen so geholfen, dass wir Sachen, die wir über Monate halt nicht umsetzen konnten, dann direkt umgesetzt haben. Und deswegen möchte ich, dass ihr versteht, dass das Programm für uns oder auch für dich, wenn du jetzt vielleicht in der Blockade bist und offen bist dafür, helfen kann. Und damit schließen wir das Ganze jetzt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr uns ein Like gebt, wenn ihr was drunter schreibt, vielleicht auch was dazu sagt oder so. Und vor allen Dingen, wenn ihr guckt, der Link hier, wenn ihr da drauf drückt. Genau. Und wir wünschen euch ganz viel Erfolg und Erfolg. Wird auf jeden Fall euch alle Türen auch öffnen und wirklich so, dass ihr das Leben führt, was ihr wollt und was ihr vorfohlen wollt. Okay, jetzt noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.